So eine Mosin findet man ja glaube ich öfters in normalen Häusern, beziehungsweise oft nicht, haben wir ja gesehen, aber ich glaube alle Spieler, die ich bisher so getroffen habe, ich habe ja auch damals schon ein paar getroffen, die haben immer eine Mosin bevorzugt, das heißt ich glaube die werden öfter mit einer Mosin unterwegs sein als mit so einem M4, und eine M4 hat ja deutlich besseres Skillpotential als so eine Mosin. Guck mal hier haben wir einen Stromschlüssel, den können wir mitnehmen, wir werden mal hier ein bisschen umräumen, das kann da oben bleiben, das ist wichtig, und jetzt können wir das hier, ähm, so, wo haben wir das, das haben wir noch, So, we can not be used to mend, okay, okay, okay. Okay. Ach, damit kann man das Upgrade, okay, 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 verstehe. Wir werden mal auf, so benutzen, wir werden mal so benutzen, wir werden mal so benutzen, so und so, die Painkillers bleiben da, machen wir so. Okay. Das finde ich gut. Was haben wir hier, hier haben wir hier Munition. Boah. Pern Munition. Military Rifle. Jetzt bin ich gespannt. 40, 5,56. Ich glaube das ist, da sind die Magazine, die ich... Was zur Hölle. Hier. Oh mein Gott. Das war halt echt schlecht, so eine Kindertasche gefunden. Jetzt testen wir mal was. Das ist vielleicht auch nicht das Klügste. Genau, wir locken den erstmal hier rein. Ich glaube diese Rifle Munition, die ich gefunden habe, die war für die Mosin. Was? Weil die Magnum... Ich hätte die Magnum lauter mir vorgestellt. Ich muss sagen, ich hätte die mir echt lauter vorgestellt. Schau mal hier, wir haben Arbeitsschuhe, was haben wir jetzt? Jungle Boots. Ziehen wir die doch mal an. Ich teste mal, wie oft ich schießen kann. Okay. Nachladen tut der auch nicht. Müssen wir manuell nachladen. Machen wir jetzt einmal so. Und packen. Wir ändern mal eben etwas. Okay. Maximal 20 Schuss, das passt nicht. Jetzt müssen wir die Magnum nach oben tun. Und die Magazine dafür, so kann man mich schneller nachladen. Ich glaube 8 Magnum. Warte. 14. 8. 6 Schuss. 6 Schuss in einer Matte. Das wollte ich wissen. Was haben wir hier? LDVS. Red Dot Optics. Jo. Nehmen wir doch mal mit. Können wir das bei uns auf die Waffe packen? Nein. Schade. Kann man das denn drauf... Oh, da kann man... Ne, kann man nicht. Nehmen wir dann einfach mal mit. Auf welche Waffe passt das? Steht das der Red Dot Optics? Bei der DI Optics sind wir da. Und da kommen wir dann... Ne, 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 ne. Okay, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal mit. Sobald wir eine Waffe finden, werden wir versuchen das anzulegen. Wir sind ja inzwischen gut bewaffnet. Eine Sache würde ich gerne wissen, und zwar diese hier. Okay, der hat Dauerfeuer. Der hat Dauerfeuer. Der ist gut zu wissen. Und jetzt noch eine Sache testen. Load Ammo. Das ist die falsche Magazinart. Das ist auch die falsche Magazinart. Dann habe ich keine Magazine dafür. Das ist gut zu wissen. Müssen wir aber jetzt auch nicht unbedingt nachladen. Ich wollte einfach nur wissen, welche Magazine zu was passen. Es gibt es echt schon eine einzelne Sniper Rifle. Hoppla. Ein Desync. Das gefällt mir ja weniger, dass wir Desyncs haben. Den hat mich ein bisschen an die Armor Mod. Und ihr seht, ich habe mir hier schon meine Scout-Stellung eingenommen. Diese Stellung, dass wir so ein bisschen höher gehen. Benutze ich nur, wenn ich extrem... Ja. Ob Gott, da mal Pistolenmedizin für die andere Waffe. Müsste... Müsste für die Waffe sein. Lassen wir aber erstmal da. Damit kann man besser Zombies töten, glaube ich. Aber wir bleiben erstmal bei der Magnum, oder? Wir bleiben, glaube ich, erstmal bei der Magnum. Obwohl, in dem Spiel ist es eigentlich egal, weil wir können hingehen. Wir können sagen, das kommt da hin. Das kommt da hin. Ach, wir haben hier da keinen Platz. Machen jetzt so. Machen jetzt so. Und wir machen so. Und jetzt... Ich kann nicht nachladen. Ist das doch nicht für die Waffe. Schauen wir mal eben. 15 ACP-Rounds. Ist das hier nicht ACP? Ne. Doch. Verstehe ich nicht, wieso der nicht nachlädt. Ich drücke R. Naja. Muss man... Muss man... Muss man nicht verstehen. Nehmen wir diese Magazine auf. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal Stannack. Das sind die Stannack-Magazine. Nehmen wir mit. Dann laufen wir. Wir haben jetzt auch immer schön... ähm... Die Gun equipped. Also... Wir sind auf jeden... Kampf vorbereitet. Mit der Pistole gegen Zombies. Wir müssen ja nicht unbedingt auslassen. Und immer mit der M4 in der Hand rumlaufen. Aber so eine Pistole schadet nie. Weil jetzt... Äh... Würde das schon wehtun, wenn wir sterben würden. Also... Ist schon nicht mehr so, dass wir sagen würden... Ach, wir hatten kein Zeugs. Ist egal, wann wir sterben. So ist das nicht. Hier ist nix. So... So, ich denke, wenn wir jetzt... Gleich hier... Am R-Field... Mit den bisschen gebäuden durchgehen. Das heißt, ich weiß... Dass im Norden noch so ein Militärlager ist. Dann Glen. Und auch hier oben... Ist Militärlager. Da werden wir nicht hingehen. Oder? Ich... Ach, Quatsch. Das wäre Schwachsinnig, nochmal reinzugehen. Ich glaube, sowas nehmen... Wieder solche Optik. Sind das die selben? Ja. Ja. Nehmen wir mit. Weil die einfach bessere Qualität haben. Ja. Nehmen wir mit. Ähm... Genau, was ich sagen wollte ist... Ich weiß, dass die da sind. Ich werde die nicht mitnehmen. Ich werde die vielleicht... Bei der nächsten Aufnahme einmal besuchen gehen. Einfach mit dem Grund, damit ich euch die zeigen kann. Weil viele selber spielen ja von euch noch nicht. Ähm... Die Standalone. Ist ja auch... Kann man auch keinem schwer nehmen, ne? Also... Deswegen... Werde ich das da mal besuchen gehen. Das ist genau da vorne. Da seht ihr das schon. Da sieht man so das ein oder andere Zelt. Aber noch ganz schwach. Aber sonst hat sich das R-Field wenig verändert. Man kann natürlich jetzt hier mehr looten. Weil man in mehr Gebäude reinkommt. Hier haben wir wieder bisschen Essen. Bisschen Schimmel, 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 Schimmel. Wollen wir nicht. Und... Oh, und das hier ist schon offen. Hier sollte man vielleicht, äh... Bisschen vorsichtiger... Sein. Und wieder ein Salin... Ne, was haben wir hier? Starter-Kit. Das brauchen wir, glaube ich, auch. Werden wir auch gleich versuchen. Ich bin mir nicht sicher, wie die Reihenfolge war. Weil wir haben uns schon mal gegenseitig Bloodpacks gegeben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war. Müsste ich nochmal nach... Was heißt nach... Ne, ich werd nichts nachgucken. Ich werd alles selber rausfinden. Oder ihr sagt mir das in den Kommentaren und ich mach das anhand der Kommentare. Das würde natürlich auch gehen. Wir haben ein bisschen Essen und Trinken, nehmen wir mit. Wir wissen ja nicht, wie lange... Unser Essen und Trinken reicht. Ich trinke das auch einfach mal. Aber noch... Noch, denke ich, reicht das vollkommen. So, hier ist nix mehr, hier ist nix mehr. Das heißt, wir können weitergehen. Wir gehen weiter. Wir looten jetzt noch die Baracke. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für die erste Aufnahmesession, die jetzt... Boah, zweieinhalb Stunden lang ging. Das werden ein paar viele Parts sein. Also ich kann... Ich muss mal schauen, wie lang die Parts werden. Ihr könnt in den Kommentaren nochmal sagen, ob das bisher... Also... Wahrscheinlich würde ich 20 Minuten Parts machen. Ähm... Ob das bisher so okay war. Weil bis dahin werden ja schon ein paar hochgeladen sein. Oder ob ihr gerne längere oder kürzere Part haben wollt. Oder... Ja, allgemein so. Was ihr bisher von der Standalone haltet. Hier wieder Waffe ziehen. Und schauen wir mal, was hier so... Gute Sachen wird wahrscheinlich schon jemand... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier nochmal erschossen. Ah, da liegt ne Hand auf einmal. Das ist auch wieder ne Sache. Was war das nochmal? Ich vergesse immer wieder die Sachen. Schauen wir mal. Okay, das können wir da liegen lassen. Das können wir da liegen lassen. Das hier können wir aber da nicht liegen lassen. Oh Gott. Hier nochmal erschossen. Das möchte ich gern mitnehmen. Falls wir ne Waffe finden, möchten wir die auch sauber machen. Dazu brauchen wir so ein... Weapon Cleaning Kit. Da kommen jetzt paar Zombies. Den haben wir erschossen. Und jetzt fliehen wir erstmal hier. Nicht, dass uns einer gehört hat. Ich würde sagen, wir nehmen noch das ganze Lager mit. Also wenn wir hier schon mal sind. So. Oh Gott, oh Gott. Da hat er uns getroffen. Und wir bluten. Das ist gar nicht gut. Oh Gott, da haben wir ein bisschen viele Zombies gepullt. Und wir bluten. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir werden mal die Waffe wechseln. Und töten mal hier den einen oder anderen Zombie. Und werden uns jetzt verbinden. Ich hatte eine Zombie da ein bisschen. Merkwürdig. Oder... Das heißt nicht... Wie soll ich sagen? Nicht merkwürdig gemacht, aber der haut da auf irgendwas. Das finde ich merkwürdig. Wir bluten nicht mehr. Wir haben natürlich ein bisschen Leben dadurch jetzt verloren. Jetzt schauen wir mal auf, was die Zombies hier einhauen. So, jetzt drücken wir mal den Zombie. Ach Gott. Habe ich gerade Schaden bekommen? Gott, das war jetzt mega merkwürdig. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ob da vielleicht irgendwie einer unsichtbar oder so verbuggt rumsteht. Ich laufe jetzt einfach weiter. Ich habe hier genug rumgeschossen. Ich werde mal schauen. Wir haben genug Magazine noch da. Also das heißt, wenn der nachlädt, nimmt der wahrscheinlich immer von den Waffen eine Munition oder so. Ich mach das jetzt mal. Vor allem auch gespawnt auch überall Zombies. Das finde ich ganz interessant, dass überall Zombies spawnen. Zack und zack. So. Was haben wir hier? Combat Knife? Oh, oh. Combat Knife ist gut. Da kommen überall die Zombies an. Also vom Umfallen her perfekt das Spiel. Kann man nicht meckern. Das machen wir mal so. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Da kamen die Zombies durch die Wand. Weniger perfekt. Aber da können wir ja... Keinen Vorwurf machen. Keinen Vorwurf machen. Das wussten wir. Wir wussten ja auch, was wir uns einlassen. Das überlege ich. Ich möchte... diese 20er Magazin trotzdem mitnehmen. Falls wir Munition finden, können wir das wieder auffüllen. Vor allem kann man auch hingehen einfach. Moment. Wir machen das jetzt mal. So. Wir müssen ein bisschen Platz schaffen. Ähm... Inspect, Inspect. Ich muss gucken, wie das genau funktioniert. Create. Damit haben wir jetzt einen Solene Big Pick gemacht. Damit kann man uns Blut geben, wenn mal jemand ein bisschen Blut abzopfen. Ich möchte mal kurz MT machen. Was ist... Sind das... Ne, da sind andere Magazine. Mach mal so. Okay. 45 ACP. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wieso? Kann ich das... Moment. Ich habe eine Idee. Kann ich MT machen? Und dann so. Okay. Das war jetzt ein Schuss. Das heißt also einfach nur... Dass das dann nicht reinpassen. Lass mal das so. Kein Problem. Wir suchen jetzt... Ich weiß, was ich machen möchte. Ich möchte, dass sie erstmal aufheben. Da. Da ist es. Dafür bräuchte ich zwei Slots. Kann man das an die Waffe? Kann man nicht packen. Okay. Lass mich überlegen. Wie machen wir das dann? Das hier kann man erstmal fallen lassen. Da ist einfach zu wenig drin. Wir haben keinen Dosenöffner. Daher kann man das hier eigentlich alles rauswerfen. Und das so. Machen MT. Diese drei können wir da oben reinpacken. Jawoll. Funktioniert nicht. Wollen wir mal so. Load ammo. Okay, das hat funktioniert. Ach, dann kann ich das hier auch wegschmeißen. Dann habe ich schon mal ein bisschen mehr Platz. Genau. Ein bisschen mehr Platz. Und jetzt kann ich nochmal die nachladen. So, das heißt, neue sechs Schüsse sind drin. Oh Gott. 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 Das war nicht gut. Die sind aus der Hölle. Wir haben sechs Schuss. Und wir werden jetzt wahrscheinlich drei Zombies haben. Gegenüber ist auch so ein Zelt. Also wenn man anfängt Zombies zu töten, spawnen neue. Okay. Das war damals nicht so. Finde ich, äh, geteilter Meinung. Zack. Erster Tod. Zweiter Tod. Und dritter Tod. Ähm. Finde ich geteilter Meinung. Zum einen Teil ist es natürlich gut. Weil überhaupt Zombies spawnen. Zum anderen Teil... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mal gucken. Schnell nachladen. Magnum ist already full. Naja, naja. Ich glaub, jetzt kann ich ja siebener Magazin... Jawoll. Jetzt kann ich ja siebener Magazin benutzen. Das ist sehr schön. Machen wir so. Machen wir so. Wird man es full. Ich hab grad ein Magazin gefunden. Wo geht das hin? Kann mir das einer sagen? Und das funktioniert nicht. Wo geht das hin? Ich glaub, das ist schon in der Waffe drin. Da, genau, da ist es. Da wird's mir angezeigt. Sieben von sieben. Jetzt meine Frage. Was passiert, wenn ich so... Ah, okay. Ich muss das einmal anequipfen. Okay. Naja, gut zu wissen. Aber so kann ich trotzdem... Weiß ich, dass ich das so nachlernen kann. Das bedeutet also, in die Waffe passt nur auch ein bestimmtes Magazin rein. Gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier war noch keiner. Das ist schon mal ein Vorteil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ah, nicht. Allerfiel. Ich blute. Ich blute. Ach, komm schon mal. Weil die Tür nicht grad noch zu. aber ein minus punkt muss ich dennoch gehen und zwar habt ihr das dort gesehen jedes mal wenn ich meine waffe wechsel läuft er immer weiter draußen immer weiter geradeaus das heißt wenn man zweimal die waffe wechselt läuft der doppelt so lang geradeaus und das sowas geht gar nicht sowas nicht sagen geht absolut gar nicht wir machen empfie lassen das hier liegen und laden einmal das hier nach genau ist ein bisschen schwer mit dem ziel muss man auch dazu sagen es laufen da unten die zombies amok noch mal so mt und zack wenn jetzt erstmal die magnum verschießen ich weiß leider nicht wie stark die magnum ist da liegt irgendwas ist das ein pencil acp round sehr schön sehr schön wo auch immer die gelegen haben ich glaube ich wollte den pencil davon einsammeln falls das einer ist aber aber anscheinend was anderes eingesammelt was haben wir hier noch aber die braucht man nicht aber die axt kann man noch mal auswechseln dass mich glaube ich jetzt nur großartig genommen habe die macht deutlich mehr schaden da seht ihr das er läuft von alleine geradeaus wenn ich die waffe wechsle so wir haben jetzt aber sieben schüsse das heißt zack und zack und wir haben hier alle zombies ausgeschaltet dann töten wir auch noch na geht doch ich wollte schon sagen dass der nicht umkippt kommen noch ein paar zombies ich glaube wir laufen erstmal hier raus das gefällt mir noch nicht mit den hitboxen obwohl der tot ist hat er mich noch braun auch dort wird habe ich angst bekommen also hoch können die anscheinend auch noch nicht das ist gut zu wissen oder nur halb hoch komm wechsel ich weiß ich weiß nicht was er macht er soll einmal okay das mit dem wechseln gefällt mir immer noch nicht muss ich auch sagen gefällt mir gefällt einiges nicht ich merke jetzt zwar viel aber ich muss meiner verteidigung sagen es gefällt mir nicht so jetzt komm wieso kann ich oh gott oh gott oh gott dann werde ich das so machen du schießt mal ab du schießt mal ab ja und ich wieso kann ich nicht ach das sind acp okay das war eine acp du musst dich dazu aber machen können ich möchte nicht die gute marke da läuft er wieder gerade aus das das ist manchmal mega verwirrend ich möchte die gute magazine munition nicht verschießen ich wollte erst mal so wissen die pistolen also das magazine magazine ich wollte die gute die gute rifle munition nicht verschießen die standard man wollte deswegen erst mal ein bisschen so die pistolen munition machen aber hier ist doch viel action weil wenn man einmal schießt dann kommen sie aus allen löchern raus ach gottchen der ist aber hartnäckig aber ich schieße auch die ganze zeit nicht hier kein okay wir sind auch nur noch fünf leute auf dem server das heißt wenn schon so wenig hier sind werde ich auch das gebiet hier vorne einfach mal mitnehmen schaden kann es ja nicht da vorne sind überall zombies vielleicht war da schon einer ich kann es nicht sagen hinter mir läuft immer noch ein zombie you are no longer wet sehr schön meine kleidung ist sowieso durch und jetzt oh gott oh gott jetzt bleibt er stehen und hier sollte überall munition drin oh gott ok wieder aber ein kleiner vorteil auch wenn es extrem einfach ist aber man muss einfach irgendwo hinschießen und die zombie sterben das finde ich sehr ja doch das finde ich glaube ich gut weil es halt extrem schwer ist noch zu zielen sieht man ja gibt es vielleicht so einen trick obwohl man auch anzoom schießen kann wie ihr seht zack zack datet mich trotzdem zack im jump getötet zack im anlaufen getötet langsam geht mir die ja gehen mir die magazine aus vielleicht sollte ich doch mehr meine achse benutzen werde ich euch jetzt machen nein ich habe die achse nicht mehr in der leiste oh gott oh gott oh gott ich blute ich blute und ich habe nicht mehr so viele bandagen oh gott es kommen echt viele zombies jetzt kann ich nicht bandagieren wenn da immer mehr und mehr zombies kommen ich muss jetzt anscheinend die standardmagazine verbrauchen weil sonst wird mir das zu knapp weil die schießen echt gut hier oder was heißt die schießen es kommt immer mehr und mehr zack das war ein handschuss den hat er überlebt den handschuss hat er überlebt diese zelte kann man anscheinend noch nicht looten kann man die looten die kann man auch nicht looten ok naja warte dann würde ich aber trotzdem obwohl obwohl haben wir hier noch was ich glaube dass man hier noch mehr als dann dieses eine gebäude looten kann kann man diese medic zelt hier looten sieht auch nicht so aus ich gucke mir grad kann ich ich kann oben zeroen auf wie viel meter ich schieße von 100 bis 300 aber ich kann nicht nachsehen wie viele magazine noch drin sind müsste ich so machen 40 von 40 sehr schön jetzt haben wir 30 von 30 sehr schön bilden wir eben hier die zombies dass wir uns auslösen können ich würde sagen für die erste session hast du auf jeden Fall gereicht nach den ersten zweieinhalb stunden inzwischen sogar 2 stunden 45 oh Gott da ist noch einer muss ich sagen es hat sich einiges verändert aber einiges ist auch gleich geblieben aber ich muss sagen dafür dass ich keine zombies gesehen habe hat es trotzdem Spaß gemacht also ich hätte es äh kurz ja doch ich hätte nicht gedacht dass es so viel Spaß gemacht hätte wir sind auf jeden Fall gut equipt jetzt werden wir in der nächsten Session werden wir mal gucken ob wir vielleicht jemanden hier abfangen können der ja sag ich mal der so mal hin und her lootet und wir werden auf jeden Fall auf einem vollen Server spielen weil für die Leute die es gesehen haben ich habe mich auf einen vollen Server eingeloggt und der wurde einfach leer konnte ich nichts hier da kommt wieder einer die kommen aus überall angelaufen deswegen mache ich einmal beenden und ich sage Leute bis zum nächsten Mal jo Leute danke dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt wenn euch die Folge gefallen hat dann lasst doch einen Kommentar da oder eine positive Bewertung außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit auf ein Daisy Mod Video zu gelangen und unten die letzte Folge von der letzten Standalone auch tr 인�te das Ja bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal